okay hallo und herzlich willkommen zu days gone. Entschuldigung dass das jetzt abrupt beendet worden ist aber mein aufnahmeprogramm hat ein update ja gehabt ja dann musste ich leider hin und ein update machen. okay wir fahren jetzt dahin weil irgendwann wird der dieser eine typ anrufen und dann geht es weiter nur wann der anruft das kann ich jetzt gerne auch nicht sagen wenn der anruf kommt wir kriegen das secret ende aber erst mal daheim zu dem teil guckt macht macht das noch mal ich hoffe ich krieg das secret ende noch hin bei der folgen hier dass er nicht jetzt drei jahre spielen müssen das secret ende zu kriegen habe ich auch keinen bock drauf schauen wir mal wir schauen wir machen erst mal diese 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 typen ripper machen wir jetzt mal und dann gucken wir weiter genau das ist so der plan den ich jetzt im moment habe ripper spielen wir heute noch mal gerade ein bisschen vielleicht machen wir noch eine horde ich mal gucken vielleicht machen wir das auch noch oder wir fahren mal durch die gegend hier aber wir machen erst mal diese ripper wir machen die ripper die leute wegräuben einer ja wäre gut weil ich weiß nicht das so berauschen ist die geld inventar voll ok schauen wir mal ob er direkt dahin kommt weil die kommen an der horde vorbei müssen immer gut speichern wenn ich die ganze strecke noch mal fahren müssen das müssen wir jetzt im moment machen 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 wir jetzt hier auch mal die speicheraktion hier fahr weiter aber besser also das mit vorrat reist ähm bock nicht also da ist wenn es fallen mal gucken wir uns ja 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 d ja 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 Obwohl kriege ich das mit den Rippern hin. Die fremden wir mal gerade ab. Speichern ab. Okay, weiter geht's. Ich nehme hier auch durch. Aha! Wir sind sehr hinger. Wo gleich diese Typen kommen. Weiter geht's. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Schauen wir mal. Ich gucke erst mal nach den Rippern. Ich gucke erst mal. Ich gucke erst mal. Ich gucke erst mal. Oh, RIP. Oh, RIP. Scheiße, die habe ich am liebsten. Na, was ist es? Es wird sich ein bisschen zu heiß hier, Eibelblut. Ich bin hier und, äh, ja, es sind Weaver. Ich, äh, komm doch gleich darum. Sei vorsichtig, Mann. Weaver, Ende. Ach, scheiße, wie geht's noch eigentlich? Bleib da. Der ist nicht. Auf ihn. Fuck it, ey. Komm, lauf doch weg. Lauf doch mal weg, lauf doch mal weg. Ja, Maxi fertig. Hey, Lina. Hey. Ah, fuck it, ey. Nachladen. Okay. Kennt ihr mich noch, ihr Wichser? Wollt ihr nach Süden ganz neu anfangen? Nein, das wird nicht passieren. Wo ist euer Anführer? Wo ist Carlos, ha? Oh, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Das war ich. Aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Der ist jetzt Futter für die verdammten Freaks. Und ihr werdet bald alle Freak-Futter sein. Oh, das waren alle. Oh, verdammter Rapper. Okay, okay, okay. Vertrauen erhöht. Weaver, es ist erledigt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Ripper in dieser Gegend machen. Die Mann. Ich hab den Bericht von diesem Thompson gelesen. Er verfolgte sie. Er schreibt, sie nannten sich Rest in Peace. Vergötterten die Freaks. Wollten die sie werden. Sie waren total auf Drogen. Woher wusstest du von denen? Oh Gott. Sagen wir einfach, ich bin ihnen früher schon mal begegnet. Gibt's sonst noch was, Weaver? Wenn ich schon mal hier bin? Nein, Mann. Alles gut. Eines Tages will ich die Geschichte aber hören. Vielleicht lieber nicht, Weaver. Man sieht sich. James, Weaver, Dick und St. John. Dick, hörst du mich? Lassen Sie mich raten. Ein Job für mich? Ich kann gerade nichts versprechen. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Ja gut. Job. Dann müssen wir wieder zurück. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da hinkommen wieder. Äh, geht mit Weaver. Okay. Ich würde sagen, wir lassen mal den hier. Der Motorrad steht da hinten irgendwo. So. Ach, echt. Ich soll nur gucken, dass wir jetzt nicht hier... Scheiße. Okay. Motorrad liegt hier. Jetzt speichern. Mach mal eh. Und ab zurück. Okay, ab zurück. Speichert haben wir hier schon mal. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Ja, wir müssen halt gucken, was ja jetzt von uns will. Die ganze Zeit. Aber die spielen noch ein bisschen mehr. Ja. 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 Dafür ich falsch speichern. Ja. Ich bin tot. Okay. So. Jetzt halten wir hier an. Okay. Weiter geht's. Ich bin die Gehörde, niemals, ey. Okay, geht dann. Fuck it, ey, ehrlich? Boah, schnell speichern. Und weiter geht's, kommt, abmarsch, ey. Okay, dann nochmal genauer was. Okay, dann nochmal. Sprekt aus, okay. Können wir machen. Boah, Hammer. Wir müssen doch Schrott haben, ne? Ah, fuck it. Ey, ich hab das grad zu spät gesehen, die Sau. Na gut, komm. Nee, nee, hier. Hier, Kugel, kaputt. Endlich. Feuer, Feuer. Hallo. Aargh. Scheiße. Ja. Ja, Schrott. Okay, weiter geht's. Ah. Nee, nee, nee. Warte mal. Ja, ich will dieses Ziegelt haben, ne? Das ist natürlich das Blöde. Ist natürlich... Wir stellen den erstmal auf. Oder reparieren müssen, wa? HWF. Äh, das sieht nicht allzu übel aus. Äh, das wird halten. Äh, wir machen hier, ne? Ja. 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 Okay, das haben wir auch. Noch mal schnell speichern. Weil wir das können. Ich hab... Ey, ich hab noch lange nicht mal gespielt, das Spiel. Sorry. Jetzt ja. Also wäre mir zu gefährlich, jetzt da noch... noch rumzuhandieren. Okay. Ah, Kopfschmerzen. Ah, Kopfschmerzen. Ah! 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 Oh mein Gott. Ehrlich? Entschuldigung, ne? Also... Haha. Ja, das ist... Also... Sehr peinlich. Ich glaube, da geht's weiter. Nee. Okay. Okay. Und jetzt werden die verwesen oder so. Weiß ich nicht, wie das stinkt? Die äh... Monster hatten die damals verbrannt, aber wenn man die von dem... Deak! Okay. Ich bin gespannt, ey, was da für mich hat. Weaver, was gibt's? Hey, Diet, wie läuft's? Hey, sag mal, die Hexe von Wiz... Sorry, sorry. Deine Lady. Wie geht's ihr? Ist sie immer noch am Forschen? Und du weißt, dass ich weiß, ja? Dass sie nicht an einer Waffe arbeitet. Nein, Weaver, ich weiß nicht, was Sie wissen. Ich weiß nur, dass Sie meine Hilfe wollten, und, äh, hier bin ich. Haha, okay, Mann, wie du meinst. Hey, ein paar miese Typen haben ihr Lager südwestlich von hier, am Highway 97. Sie bringen uns um, greifen die Versorgungstrupps an. Es ist eine Art Festung, auf dem Dach einer alten Tankstelle. Hab's auf der Karte markiert, du könntest dich hinschleichen. Sie erledigen, bevor sie's merken. Ah, ah, toll, toll, dass Sie an mich denken, Weaver. Ja, 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 ich, ich tu, was ich kann. Danke, Deak, echt nett von dir. Wirklich, vielen Dank. Okay. Plünderer-Camp. Oh, da waren wir doch gerade eben. Oh, blääh, blääh. Haha. Okay. Ähm. Deak, wie geht's dir? Wie geht's dir, Caleb? Okay, alles klar. Okay. Bis später, Deak. Okay, ja, dann fahren wir da hin, ne? Ich war natürlich gerade krass am Auge. Deak, wie läuft's, man? Okay, weiter geht's. Warte, doch jetzt. Und jetzt wieder da hin. Okay, ja, so, fahren wir weiter. Okay, 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 okay. Das soll man jetzt bestimmt machen, bis der anruft. Naja, schauen wir mal. Wie es folgendes werden? Werden? Schauen wir mal, schauen wir mal. Das seht ihr ja dann. Hahaha. Meine Augen jucken, ey. So ein Mist, ey. Neurodermitis-Müll, ehrlich. So ein Mist. Die hängen mir an den Augen, ey. Warte mal. Wir machen nochmal schnell speichern. So, jetzt geht's. Ich glaube, jetzt fahren wir die selbe Strecke hinter. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Okay, weiter geht's. Ich weiß, ich weiß. Die Speicherei. Also, die hab ich erschossen, genau. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Ähm. Dieses Ausgeben an Spritz ist natürlich blöd. Ach, das ist der sogar schon wieder. Ey. So ein Mist. Entschuldigung, aber... Boah. Das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt nur hier hochfahren. Ist doch für mich ein bisschen blöd. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich bin jetzt auf der Tankstelle. Ich bin jetzt hier recht, ich bin jetzt hier nicht dran. Ich bin jetzt auf der Tankstelle. Weaver, ich bin jetzt hier und, äh, ja, die sehen wirklich aus wie verdammt miese Typen. Hm, siehst du, ich sag's ja. Brauchst du Hilfe? Soll ich mir Männer schicken? Oh nein, 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 wie sie schon sagten, ich hab ja halt das Überraschungsmoment, also, falls es nötig sein wird. Okay, Mann. Viel Glück. Weaver, Ende. Hey, hey. Tankstellendach. Okay, und wie zur Hölle soll ich da hinkommen? Oh Mann, ich muss vorsichtig sein. Sie überraschen? Panzerung. Ach, scheiße, die sind gepanzert. Äh, hey, nein. Gucken wir mal. Na, Napalm? Nein. Wir müssen doch den Napalm nehmen. Weg. Was war das ein Stein? Hä? Viel Stein. Dann raus, nimmst was. Das war ein Stein. Was war? Hier ist jemand. Was ist denn los, Drifter? Hast du etwa Angst vor mir? Wie kann das sein? Dass jemand ein paar Eier wachsen und kommt raus aus deinem Versteck? Ja, lass die, wachst. Los, schief! Verloren! 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 Bist du nicht mehr schnauert? Oh, Hennig. Was ist das? Geh! 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 Ich hab dich! Brenn! Lass dir das Scheibe! Feuer frei! Brenn, du Arschloch! Zurückziehen! Lass dir das letzte Hand. Oh mein Gott! Lass dir das letzte Hand! Plünderer Camp Jäger! Schließ die Plünder-Kampp-Jäger! Jäger-Story ab. Ey, geil! Aha, okay. Wir müssen alles Storys abklappern, anscheinend. Okay. Wir holen jetzt mal gerade hier mal. Weaver, es ist erledigt. Dick! Sind alle tot? Wie schon gesagt, es ist erledigt. Okay, komm. Ich schreib dir Punkte gut. Ohne dich wären wir am Arsch. Danke nochmal. Deacon, bist du da? Hier spricht Weaver. Ich hätte hier bei uns einen Job für dich. Hey, Weaver. Ja, ich komm rum, wenn ich Zeit hab. Okay. Okay, ab zum Motorrad, das hier hinten steht. Okay. Dann wollen wir mal Motorrad speichern. Schnell speichern. Auf Motorrad setzen und ab zum Herrn Wieber. Wieder zurück. Wehe, der macht das wieder selbe da. Wir müssen die ganzen Dinger mal abschließen. Diese Missionsteile, das ist es. Und nicht noch irgendwas, was wir benutzen müssen. Ja, egal. Wir fahren jetzt einfach. Rede mit Wieber, genau. Dann müssen wir jetzt gleich noch kommen. Okay. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen, jetzt da durchzukommen. Blöde Kuchen schreit nicht immer. Okay. Okay. Wuuuuh! Soooo! Achso, ich hab gehört. Ich hab gelesen, zweite Teil. Es sollte einen zweiten Teil geben, aber Sony, Playstation, Sony hat das, äh, ähm, also hat die Produktion abgebrochen. Und wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, anscheinend wird das nicht existieren, also ist leider, leider, leider so. Ihr wäre jetzt, wäre jetzt, ähm, rausgekommen. Also der, ah nein, nicht schon wieder. Jetzt in dem, äh, zeitraumbischer Spiele, äh, also 1. Juli, äh, äh, 1. Juli hätte es rauskommen sollen, glaube ich. Aber auf jeden Fall wäre es schon draußen gewesen, oder? Ja, echt, so eine Art. Also, der hätte einen zweiten Teil produziert. Die Wandsabgabe produzieren, der hat Sony gesagt, nee, brauchen wir nicht. Boah, ey, so ätzend, ehrlich. So, meine lieben Freunde und Kupferstecher, jetzt fahren wir dran aus dem Piva. Haha. Der Viva, der Viva, 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 Viva la, Viva la Strange. Viva la Mexiko. Aber ich würde sagen, danke fürs Zugucken, äh, das war Days Gone Teil 2 von, ja. Ich würde sagen, Video liken, teilen, abonnieren, äh, kommentieren, Glocke aktivieren. Das wäre schön, wenn ihr das machen könntet. Danke fürs Zugucken, euer Side, bye, bye, baby. Beim nächsten Mal machen wir noch eine Folge, machen wir noch Days Gone. Gucken wir mal, wie viel der Viva hat. Ich hoffe, dass irgendwann dieser Typ anruft, dass wir dann mal sagen können, aha, das ist dann das Ende. Ich wünsche euch was, bis an your Side, bye.